Tschüss! So, schönen guten Tag auf Dragon Audio zu einem neuen kleinen Video, heute mal aus dem Auto. Und zwar haben wir eine Stage 1 Anlage. Kann man es so nennen? Ja, ein Bass. Einen süßen kleinen. Einen süßen kleinen Bass und zwar den Ground Zero GZ HW30. Ein 12 Zoller mit 800 Watt RMS angetrieben von einer M-Phaser LA2200 Endstufe Mono gebrückt natürlich Version des Subwoofers ist in 4 Ohm und wie sich das Ganze so anhört beziehungsweise anfühlt vielleicht auch, das sehen wir uns einfach mal an. Wollt ihr anhören? Ja, oder anhören. Warum bist du denn da hochdings wieder fährst, ist die Batterie wieder voll? Was noch mal an, wie man sich vor áreas Es ist ein bisschen ein Ding nach vorne, was willst du erwarten? Ja, es ist ein bisschen ein Ding nach vorne, was willst du erwarten? Ja, es ist ein bisschen ein Ding nach vorne, was willst du erwarten? Das war's. 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 Das war's.